Okay, let's go. Servus. Moin, servus, moin. Diese Schraube hier von diesem Ding ist ein bisschen locker, Alter. Was ist das für ein Ding? Das ist ein mechanischer Buttplug. Ist mega nice. Ich muss auf jeden Fall heute ein bisschen bauen mit dem Ding. Damit mal die ersten 90s oder sowas machen. Das wäre schon ein Traum. Wie läuft es im Detail? Schleppen bist schwierig, bin ich ehrlich. Aber es wird besser, es wird besser. Okay, erstmal wieder reinkommen hier, Leute. Also erwartet jetzt die erste Runde nicht allzu viel von mir, bitte. Das wird ein bisschen schwierig jetzt tatsächlich werden. Okay, erstmal wieder hier klarkommen. Oh, Junge, schmeckt. Was für ein... Muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Dass ich halt wirklich jetzt ganzer Tastatur gespielt habe, ist es wieder so, als würde ich was komplett anderes machen, Alter. Boah, Digga, ich schwitze gerade voll eklig. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man damit mal zwei Wochen nur spielen würde, dann fühlt es sich deutlich natürlicher als eine Tastatur. Du musst dir vorstellen, so eine Tastatur sind so ein paar Tasten. Weißt du, was ich meine? Richtig. Auf wen denn der Weg? Oh mein Gott, Digga, nee. Bin zu dumm. Boah, das damit zu editen ist auf jeden Fall echt anders. War schon schwer, finde ich. Auf einen Not. I'm down. Boah, Junge. Der... Der installiert. Ja, komm, gib's mir wieder. Ja, komm. Gut gemacht. Junge, von der Sa... Ich bin wohl hinten noch abgeschossen worden, oder? Dein erster Kill. Alema. Spieler melden. Spielt wie ein Bot. Sorry, Bro. Ist das ein Roboter über uns? Ja. Stark. Geiles Gang. Ich dachte, man ist wohl schlecht. Bro, meine Eier, meine Eier. Bro, meine... Oh, Junge, du Bot, Alter. Revive, Van. Bro, hier war einer. Genau. Ey, Junge. Key Binds. Get in, man. Grüner Schuss. Ich werde auf jeden Fall jetzt draufgehen, Digga, wenn ich dich jetzt holen will. Hat dein Chat gemeint, ich bin ein Pole. Bro, du hast mir meine Waffen gejoinkt, meine Minis. Alles auf Ehre, Digga. Ich muss gerade mir Tastatur aufladen, Digga. An den Nevermind müsste ich nicht. Ich habe ja eh auch belegt, ich Idiot. Und wieder zurück. Kein Bauen, kein Zerstören. Aber man hat halt richtig gemerkt, wie die sich gerade gefühlt haben. Sie konnten nicht bauen und er konnte nicht weglaufen und du hast einfach nur geschossen. Ja, war auch richtig so. Hat auch nicht anders verdient gehabt, der Schwein. Der Schwein vor allen Dingen, oder? Das heißt auch der Schwein, oder? Das habe ich richtig gesagt, ne? Gut Deutsch. Sprichst du Deutsch? Gute Deutsche. Ich persönlich nicht. Nö. Hast du Munition für alles? Bro, Bro, Munitionssplitten ist mit diesem Setup echt stressig für mich. Da bin ich ehrlich, Alter. Okay, dann dropp mir einfach alles, was du hast, und ich splitte. Halt's Maul, warte. Warte, du kannst doch... Vor uns, ja. Geil, du darfst ihn hier. Man muss halt seine Umgebung richtig gut nutzen. Im Horn. Granaten müssen auch mega stark sein, wenn man einfach nicht direkt bauen kann. Ja, piek mich. Piek mich doch. Piek mich doch, Junge! Leere. Oh. Genommen. 160 in seinen hässlichen Kopf. Oder findest du nicht dieses Häuser-Campfilm, wie man es auch verstecken muss? Ich finde es nice. Ich finde es nice. Ich finde es cool. Macht mir schon Bock. Hier kommt ein Roboter, Bro. Hier kommt ein Roboter. Aber Roboter mad dumm hier reinzugehen. Wir können den komplett... Nein, wenn ich mal was kaputt mache, oder? Eben. Wo ist denn der? Ab ins Haus. Ich bin einfach im Draußen. Mir kann nichts passieren. Ja, ich weiß. Aber wo ist der Roboter? Oh, nicht los. Einer noch. Diebzigerät. Ups. Da, kann ich die Combat von ihm haben? Ja, na klar. Auf Ehre. Tilted dominieren, Alter. Das macht Bock. Oh, wir müssen weit versauen. Wie sollst du dich die Compact-Claw geholt? Ich glaube, im Nachgang wäre es sogar intelligenter gewesen, die zu nehmen. Das ist die Compact-Claw. Ich gebe nochmal eine kleinere Variante von dem Ding, was ich gerade habe. Einfach nach dem Vitus versteigern. Mit einer D nah dran. Auf Ehre, sagst du? Und Unterschrift. Flex mal 90s. Leute, 90s kann ich mit der Claw noch nicht. Ich kann auch nicht mehr Triple-Layer. Ich muss erstmal, dass es ins Basic-Movement reinkommt. Wisst ihr, das ist so, als würdet ihr gerade komplett neu Fortnite lernen. Das ist jetzt so, als wäre ein PC-Spieler, der noch nie in seinem Leben mit dem Controller gespielt hat. Das erste Mal mit dem Controller spielen. Genau an dem Status bin ich gerade. Du musst sogar sagen, Kontrolle bauen ist nicht so schwer. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Controller mit Schreit. Ja, bauen hat man so nach einem Tag okay, paar 90s. Aber wenn du dann irgendwie auf deine Waffe switchen willst, dann kriegst du Anfälle. Und ja, ich werde mit der Claw leichter. Ich habe auch mal einen Kontrolle einfach mit Schreit. Läuft. Was ist das denn? Geht meine Sniper nicht so weit? Hat der nicht so eine Range? Warte mal. Oder war das jetzt, weil der andere Roboter es kaputt gemacht hat? Geht's halt. Hey, warum Rubberbenden die denn? Hardschüssen kommen richtig spät an, oder? Ja. Oh mein Gott, Junge, ich bin genockt worden. Hast du was zum Healen noch? Ja, mir nützlich, zwei Lagerfeuer. Kommt jemand, mit Hoverboard. Kannst du Lagerfeuer setzen, Bro? Lagerfeuer, nicht flieg. Ja, Bro, ich kann es nicht placen. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich mein Lagerfeuer habe. Hast du es jetzt mit der Tastatur gesetzt? Ja, musste ich. Oh mein Gott, Alter. Du bist viel schlechter geworden mit der Claw. Obviously, Bro, das Ding ist komplett neu für mich, Alter. Du Autist. Ich teste das ja auch gerade. Mein Gott, Alter, ich war... Die Leute sind teilweise so GB, Alter, wirklich. Was für ein Ort wird jetzt neu rauskommen? Denkst du Lazy Limbs? Ich glaube, Moisty Meier wird zurückkommen. Ich denke auch, aber Lazy Limbs wird ja auch kommen, wegen dieser Hütte hier. Hier ist ein Golfplatz drin, ne? Was ist da? Ein Golfplatz. Null. In dem Haus ist so ein Schild, wo Lazy Limbs draus spielt. Timmt, es wird Moisty Palms angeblich. Moisty Palms? Paird has Palms nur halt zum Moisty Meier verschnitten. Oh, nice, nice girl. Du wolltest den Garten, ne? Ich lände das Schuh ernst, Alter. Woüber uns geht, Roboter Battle, das Dome, Alter. Ja, ich gehe auch mal hoch und sage Hallo. Hier unten ist einer. In dem Haus, oder? Oh nein. Oh mein Gott. Dein Roboter Sound. Hab ich einen Jump Head geplaced. Nimm das. Oh mein Gott, ja. Und dann landest du auf dem Schiff. Wo landest du? Auf dem Schiff. Wow, ich muss, wie gesagt, echt klarkommen. Oh mein Gott. Roboter ist wieder down. Einer gibt es. Auch kaputt. Oh mein Gott, Junge. Verpiss dich doch mal, du. Er fokuss mich die ganze Zeit. Ich bin gerade ein bisschen lost mit dem Ding hier, muss ich ehrlich sagen. Mein Gott, Alter. Hier sind wir. So. Zwei Leute noch. Ich sehe den, einen. Oh ja, das sind beide. Ich habe keinen Jump, hast du einen Jump? Hm. Warte. Ja, zwei Stück. Oh mein Gott, die bauen sich hoch, Digga. Kannst du bilden? Oh mein Gott, Junge. Er hat diese hässlichen Granatenwerfer. Machen wir auf bei ihm. Er muss sich bewegen. Ja, ja. Hör jetzt auf zum Schießen. Noch mal Shield Break. Er ist richtig verzweifelt. Schau dir mal zu. Ein epischer Bill fährt zwischen dir und ihm. Nein, er schiebt da unten. Komm, hol ihn dir, Rewi. Wird ein epischer Kampf. Acht Kills. Kill Rekord mit der Klau. Auf geht's. Zehn Kills sind drin. Ich habe dir geholfen, Alter. Ich habe dir geholfen. Was killst du mich denn? Du bist ein Assi, bist du Swimann, Digga. Du bist ein Assi, Alter. Oh mein Gott, Alter. Entschuldigung? Ja. Das war wieder unfair, Alter. Ich habe ihm ein Schoss ins Gesicht gegeben. Und es war alles an Schaden. Und trotzdem hat es sich gereicht. Ja, nevermind, Alter. Ich bin von der anderen Seite gesniped worden. Einen down. Guck mal hier. Ich auch. Du hast ihn mir geholt. Du hast ihn mir weggeholt. Ich kann ihn nicht bauen. Dort draußen, aber wo du gerade bist, kannst du bauen. Hä? Nein, kann ich nicht. Ich konnte ihn nicht bauen. Ich konnte ihn nicht bauen. Ich konnte... Ich hatte... Nein. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus, die Szene. Es ist ein Bug. Ihr habt vollkommen recht. Es ist einfach nur ein Bug. Es war ein Bug, Digga. Es war ein Bug. Oh mein Gott, was? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hä? Ich habe ihm... Wie viel HP hat er? Acht. Bruder. Bruder. Wo ist das noch fair? In wel... In wel... Digga. Bruder. Das ist doch dumm. Wenn du jemanden mit einer Fistel viermal ins Bein schießt... Digga, der blutet aus. Der ist tot. Verstehst du, was ich meine? Ja? Mit einer Fistel, Alter. Mit einer Fistel, Junge. In meiner Fistel vom Anus habe ich ihn viermal getroffen. Gib die ersten vier Hits und dann... Das war's. Boom. Oh mein Gott, diese Pump ist so langsam, Alter. Ich hasse diese Waffe, Digga. Hä? Ja, aber... Epic. Hier ist eine Kiste dran, okay? Und wie? Komm ich an diese Kiste ran? Ich kann da die eine Kiste auch nicht rankommen. Hä? Warte mal, das interessiert mich jetzt. Komm ich von hier oben eventuell rein? Ist das vielleicht ein Ding, was sie sich gedacht haben? Dass man von ganz oben runter droppt? Aber wie willst du dann wieder rauskommen? Meinst du, ich bin da trapped? Hä? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht. Schau. Ne, unten kommt man raus, okay. Echt? Lull. Let's go! Ist das dumm, Alter. So, dass du ganz bisschen vor dem Balken stehst, wenn du so runterschaust. So? Hier, stelle ich so hin, wie ich es sich mache. In edit und stelle ich so zu dir gegen. Okay, warte. Also so quasi. Hit. Hit ist. Ja, jetzt kann ich hier bauen. Jetzt sehe ich auch hier alles normal. Ich habe jetzt keine MADs, aber ich könnte es hier theoretisch bauen. Ich sehe es halt jetzt auch normal. Man sieht, dass wir nicht mal den Umhang haben jetzt. Lull, Alter. Broken. Aber allein jetzt, dass man das jetzt hier so sehen kann, ist ja schon komplett OP. Funny. Wie ist einer mit dem Board? Lass ihn überraschen, lass ihn überraschen, Bruder. Wir bauen dann einfach. Okay, hol seine MADs. Jetzt rampusche den anderen. Rampusche den anderen. Wird ich dann gebannt? Weiß ich nicht. Glaubt nicht, oder? Wird man gebannt? Mach es halt einfach nicht mehr. Ich ziehe einfach du. Nein, du bist jetzt weg. Was macht man da? Wenn man auf ihn schießt und man schießt und man schießt. Von hinten noch angeschossen. Oh, lass mich rein. Ich kann mal sehen. Was ist das für ein gelbes Ding? Ist das eine Zitrone? Bin ich dumm? Was ist das? Ah, nul, das ist ein Baum. Lost. Komm mal, Digga. Mit der Pistol hast du keine Chance. Ich habe ihm... Egal, was für ein Aim du hast, du bist raus. Man ist so verloren. Man kann auch nicht spawnen, irgendwie. Spaß, die, Alter. Nächstes Video. Pistol zu OP. Who knows? Hey, Bro. Ich ziehe die ganze Zeit nach links. Hey? Hey? Alles klar, ich habe einen Bug. Nice. Ja, Bro. Ich habe keine Waffe. Danke dafür, Fortnite. Wirklich geil. Und er gibt mir einen One Pump. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, Mann, Alter. Ich bin so abgef***t gerade, Mann. Der kommt jetzt um mich zu Finishing, Bro. 10, 9, 8. Und ich bin wieder down. Oh, mein Gott. Du musst mich hochziehen. Schnell, schnell, schnell. 8, 6, 4, 2. Das war's. Das war's. Das war's. Boah, Junge, Alter. Pock. Man sieht ja hier gar nichts, Alter. Was soll denn das? Bro, wer bist du? Wie kannst du mit einer Scar so reinstecken, du Opfer? Mach wiedersehen, Jungs. So OP, das Ding. Oh, das war's. Du hast ihn gestoppt, dann auch nicht recht. Hast du ihn gestoppt? Ja. Du ekliger, Alter. Ja. Das ist low, Alter. Ja, Digga. Und nicht Counter-Builder noch dagegen, oder was? Digga, drei Hits. Drei Hits. Es macht keinen Bock mehr, dieses Game, Alter. Es tut mir leid. Es macht keinen Spaß, Alter, Digga. Ich bin raus, Mann. Season 10 kam sich wirklich in den A... Alter. Ich mein's ernst, Digga. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.